Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elite Dangerous. So, das wird jetzt heute erstmal die letzte Folge sein. Ja, ich mache jetzt noch eine einzelne Mission hier. Einmal Passagiere ausliefern auf einem Planeten bzw. auf einer Station. Und dann hoffe ich mal, dass es in den nächsten Folgen halt weitergeht mit den anderen zwei Pappenheimer. Und ja, ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen. Ich denke mal, die zwei haben sich das Video dann angeschaut von mir. Haben sich dann einen Ruck gegeben und sind dann hoffentlich dabei. Ach scheiße, wieder illegale Passagiere, das gibt es doch nicht, ey. Wieso habe ich jetzt hier illegale Passagiere? Muss ich hier mal wieder schnell weg? Oh. Rute Plan. Nein. Scheiße, der ist hinter dem... Oh, er ist hinter dem Planeten. Ja, das ist jetzt noch das Problem. WM-Shift abgebrochen. Muss ich jetzt da... Macht er auch nicht? Oh, shit. Der ist hinter dem Planeten. Wie es aussieht. Ja. Da unten ist er. Okay. Wie löse ich das Problem? Wie löse ich das Problem? Äh. Äh. Okay. Da habe ich was. Oh. Oh, 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 oh. Fluchtvektor. Ansonsten fliegt hier mein Schiff auseinander. So. 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 Und dann wähle ich nochmal das andere Ziel an. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, ist er doch. Ich bin immer noch im Planetenorbit. Äh. Irgendwie konnte ich mir denken, dass ich hier auf dem Planeten bin. Beziehungsweise das System hinter dem Planeten ist. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schneller. Und komm schon, komm schon. Und den Orbit verlassen. Sehr schön. Jetzt geht das Ganze ein bisschen schneller, 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 schneller. Und tschüss. Jetzt bin ich im Weltall. Gut. Muss ich nur schauen, dass ich jetzt da... Ja, sieht gut aus. Und wie viele Sprünge sind es? Fünf Sprünge. Ja, ich habe eher mit sechs Stück gerechnet. Aber es sind fünf. Aber illegaler Passagier, das nervt mich jetzt da. Schon wieder. Ich weiß nämlich nicht, was da passiert, wenn ich gescannt werde. Ich denke mal, ich würde eher eine... eine... eine Strafe bekommen. Naja. So. Ah, hinter der Sonne. Fuel Skipping. Ja, auf... den Treibstoff-Sammler, den muss ich definitiv immer haben. Den brauche ich. Auch wenn ich da... nur drei Minuten lang doof an der Sonne rumstehe, für zu tanken, ist mir der schon recht angenehm. Klar, ich könnte irgendwo auf einer Station landen, aber nicht jedes System hat eine Station in Nähe. Ah, die war ja eh nichts gewesen, glaube ich. Na, was für Stern? Jetzt habe ich nochmal nicht aufgepasst, was für Stern es ist. Es ist ein brauner Zwerg. Es ist ein brauner Zwerg. Oh, nein. Dann muss ich sofort abbremsen. Leck mich. Leck mich fett. Ich hasse diese Sterne. Ich hasse sie einfach. Ah, ich könnte die scannen. Sechs weitere, okay. Ich könnte die scannen. Ah, ich hasse diese Sterne. Ich hasse sie einfach. Sie sehen harmlos aus, aber... Ah. Sie sehen harmlos aus, sehen auch sehr, sehr schön aus. Aber wenn man da zu dicht dran fliegt, man muss bei denen immer sofort die Geschwindigkeit runterholen. Ansonsten donnert man da sehr, sehr schnell rein und man nimmt sofort Schaden. ein brauner Zwerg. Ja, sehr schön. Schön für dich, dass du ein brauner Zwerg bist. Oh, sehe ich gerade. Stationen. Ne, sind nur Planeten. Okay. So, da. Zipakassi. Ja. Ich bin zu dicht an der Sonne dran. Das ist immer auch das nächste Problem. Wenn man zu dicht an einem braunen Zwerg dran ist. Ja. Aber wie man es hier gesehen hat, man kann hier keinen Treibstoff auffüllen. Das ist halt einer der Planeten. Beziehungsweise einer der Sterne. Und wenn man da... Man hat da irgendwie kein Gefühl, wie weit man da von der Sonne ist. Ob man da den Flameshift benutzen kann oder nicht. Also meist immer mit relativ sehr großem Abstand. So. Äh... Das ist ein weißer Zwerg. Gut, das macht jetzt da auch... Äh... Im Hyperraum sieht, welche Sterne es sind. Das... Ich weiß nicht, ob das früher auch mal der Fall war. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das früher auch der Fall war. Hier sind mehrere... Ah. Oh, ein Zwillingssonnensystem. Äh... Das, was ich mal gesehen habe, das war mal ein... Vierlingssonnensystem gewesen. Oder... Oder war das noch... ein Drilligen gewesen? Ich weiß nicht mehr. War der ist da hinten? Ich weiß nicht mehr, was für ein... Was für ein Sonnensystem das war. Was ist es? Ach, schon wieder ein brauner Zwerg. Oh. Irgendwie dann. Ein brauner Zwerg. Na, 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 na. Hm. Ja, gut. Wenn man die jetzt, sag ich mal so, im Hyperraum ist, sieht man jetzt auch schon vorne diesen Stern aufblitzen. Ähm... Ich glaube, das gab es früher nicht. Aber das ist nicht der brauner Zwerg. Das ist nicht der brauner Zwerg. Ich glaube, bei denen kann man nicht tanken. Ne, bei denen geht nicht. Es sind verschiedene Klassen, bei denen geht es nicht. Also hier bei dem L. Ähm... F... R... Ich finde das schon geil. Ich finde das schon echt geil. Na gut, vielleicht finde ich irgendwo noch einen schickeren Stern. So... Habe ich noch mal hier eingescannt? Ja, habe ich. So, dann fliegen wir mal. Äh... So, und... Aktivieren. Gelbe Orange. Schau. So... und dann hier einmal scannen weil, unbekanntes System und wie viel haben wir? 5 Stück dann ist es jetzt gar kein Problem, hier gibt es eine Station ich muss auf dem Planeten landen, wie es aussieht jup, ich muss auf dem Planeten landen boah, 8000 Lichtsekunden genau das ist das, was ich gemeint habe man muss wirklich aufpassen wie man hier fliegt schon cool mit der freien Kamera, das hat damals schon wirklich gefehlt mit der freien Kamera kann man sich hier sein Schiff dementsprechend begutachten man kann hier noch die ich glaube, wo ging das nochmal ah genau mit den Numper-Tasten kann man da noch schön reinzoomen ja, ich bin mal wie immer eine Frau standardgemäß ah ich sehe gerade das auch noch ein, ein, ein shit gar nicht so einfach mit einem Frachter den Fluchtvektor auszuwählen ich glaube, das ist ein guter Pilot ah, lecklich was war denn das gewesen was war denn das gewesen Sidewinder kann ich mir nicht vorstellen dass es Sidewinder war die Drecksau naja, illegaler Passagier Telenor äh, sehe ich hier nicht die Namen mhm naja passiert das öfteren am Anfang war es wirklich immer sehr, sehr nervig gewesen äh wie das Spiel rausgekommen ist ja also da war es schon wirklich sehr, sehr nervig da wurde man, glaube ich, alle zehn Minuten wurde man da von den äh von anderen Schiffen wurde man abgefangen aber jetzt hatte ich das Ganze etwas beruhigt was ich eher ziemlich nicht finde da hätte man jetzt da quasi eine Stunde zwei Stunden Ruhe das war jetzt dann nochmal das erste Mal nochmal seit langem oh, leck gerade nicht mal was gegessen und dann kommt hier schon das Essen hoch so, ist dieser Planet oder beziehungsweise diese Station ach, ne Moment, das ist keine Station das ist ne ne Boje das muss eine Boje sein ist das ne Boje lass ich mal scannen ich bremse mal ein bisschen ab da muss es eine Boje geben es gibt nämlich keine keine Kolonie auf diesem Planeten wird mir gleich das angezeigt hier ist er doch Touristenboje habe ich nicht richtig gesehen na gut, okay du bist im Weltraum du bist nicht auf dem Planeten sehr schön ach, den muss ich auch wieder zurückbringen ah stimmt, ja den muss ich auch wieder zurückbringen damit ich meine Kohle bekomme das war nicht so ein Flug gewesen naja wird das auch hier irgendwie ja, für eine Sehenswürdigkeit ja, ja, ja puh sehe ich den Planeten von dort aus ja das passt ja wenn ich hier abspringe mache ich dann noch mal einen kleinen Screenshot nur hoffe ich mal dass ich hier nicht angegriffen werde da, komm und drop out so hier langsam machen oh Gott was seid ihr Beluga Liner okay das sind nur ja das sind nur so upsala Numpet 0 bitte Ui ausblenden und dann F12 so, wo ist die Boje 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 da ist sie doch und einmal scannen und dann muss ich die Spiele zurückbringen so äh wo willst du mal hin okay gut dann nein 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 so Galaxiekarte aufrufen und dann muss ich wieder na Moment stimmt das ja stimmt so okay weiter geht's und dann kehren wir wieder zurück hier vorne wird geschossen habe ich gerade gesehen da war so Lichtblitz aber stimmt noch Impulslaser ach Braunerzwerk aber der ist rot oh ne das ist der mein guter freund oh schön Stück okay ja in diesen Systemen ist so gut wie kein einziges Schiff unterwegs also eher selten eher selten das habe ich nicht geschaut wie viele Sprünge das sind ich weiß nicht ob ich noch mit meinem Treibstoff noch hinkomme ich habe zwar einen Treibstoff Tank aber wie weit ich damit jetzt da komme äh ja frag dich drei Sprünge ja müsste ja müsste eigentlich gehen fliegen wir einmal noch hier dran vorbei für aufzutanken 40 Stück so und aufladen ja das könnte ich ihn hauen na ach schon wieder ein brauner Zwerg oh der ist richtig dunkel der ist richtig dunkel nur ein Stück so ja bei dem würde ich eher sagen roter Zwerg Klasse M kann ich bei dem aufladen äh ja ne kann ich nicht ich glaube bei dem kann ich nicht aufladen doch bei dem könnte ich aufladen ja kann ich ich muss mir mal aufschreiben bei welchen Sternen ich aufladen kann bei welchen nicht das muss ich mir wirklich schnell aufschreiben wenn ich mal irgendwann ähm äh erkunden gehe muss ich mir das mal aufschreiben und dann muss ich mir auch ne kleine Wegfindung selber erstellen also man sieht das ja auch äh sag ich mal in der Galaxiekarte welche Farben die äh Sterne haben und dann kann man sich sag ich mal dort ne kleine Wegfindung machen aber äh es trifft nicht immer zu 100% zu so gut Ziel auswählen und dann wieder 4000 Sekunden dort hinten hinfliegen ach sind ja noch 10 Minuten ja wie gesagt ist sag ich mal die die letzte Folge vorerst ach mein Herz jetzt riecht aufsetzen und dann halt mal weiter schauen da 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 wie viele Millionen habe ich 22,4 Millionen du bringst mir eine Million 1,2 Millionen ja ok 1,3 Millionen fast und dann werde ich halt ja noch mal einige Stunden ein bisschen aufsqueen werde ich noch ein bisschen rumspielen äh einige Sektoren erkunden oder ja Sektoren wie komme ich immer auf Sektoren ja X3 das sind Sektoren das hier sind Systeme Sonnensysteme da werde ich halt einige noch mal ein bisschen erkunden wenn ich noch Geld nebenbei noch verdiene so die Geschwindigkeit kann ich ein bisschen runterdrosseln weil sonst komme ich immer zu schnell fliege ich noch mal dran vorbei dann muss ich noch mal ein Fly-by-Manöver machen und die hasse ich auch meistens für die Pest weil es nie so richtig hinhaut äh ich glaube die Station war hinter dem Planeten oder hat er sich jetzt da richtig umgedreht also von der Achse her das weiß ich nicht hast du dich gedreht mit der Achse wie es aussieht ja oder ich bin anders geflogen kann ich mir auch nicht vorstellen hat er sich gedreht ne hat er sich nicht der ist immer noch auf der dunklen Seite des Planeten oder oder ne sieht nicht so nah aus ok sehr schön aber da ist ein Mond im Weg da ist ein Mond im Weg ok das ist der Mond Moment ach das ist ein ganz anderer oh lol hä ja auf dem Mond ich dachte hinten auf dem Planeten ok Moment war das wirklich dieser Planet gewesen äh ja ok dann hier auf dem Mond da habe ich auch wieder was anderes im Kopf gehabt aber er wäre quasi hinten hinten gewesen ne ich glaube das war der Planet das ist immer noch die dunkle Seite ja so dann nochmal richtig ausrichten nachschauen na und hier also ich schaue immer wenn ich ähm Planeten anfliege oder Stationen auf Planeten dass ich immer dass ich das obere Fenster nehme für mich ausrichten und dann fliege ich halt senkrecht runter so habe ich mir mal das eingeprägt und dann halt langsam runterfliegen so so ja kam schon die paar Kilometer da ja Gleitflug wird jetzt abgebrochen weil ich schon mal zu steil bin aber so komme ich nochmal unter 20 Kilometern unter 15 Kilometern komme ich da wieder an äh ja so sehr schön haben wir das auch wieder geschafft und dann einmal Gas geben und noch einmal Gas geben so dann Landanlaubnis anfordern dort hinten ist mein Land meine Landebucht na 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 so so noch ein bisschen Gas geben ja ja ich weiß Speed so äh also ich mag äh Planetenlandungen sind sage ich mal eine Abwechslung na na das war jetzt ja leider keine astreine Landung gewesen so kassieren wir mal die Kohle ein und das war es dann auch gewesen mit dieser Folge wow lup äh Passagierdorsch und dann gib mir bitte die 1,3 Millionen danke okay gut ah da gab es jetzt keine äh kein Ruf bei der äh bei der Allianz äh bei der Föderation schade gut alles klar dann was das gewesen in dieser Folge und ja wenn euch die Folge gefallen hat lasst mir ein Like da lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder also bis denn tschüss bis denn 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 Vielen Dank.